Hallo, ich möchte gerne etwas erzählen über unsere Stone-Lampe. Unsere Stone-Lampe ist eine Tischlampe, eine ganz gemütliche Lampen mit gemütlichem Licht und mit zwei Funktionen. Ich werde es Ihnen zeigen. Also, das ist die Lampe, eine weiße Lampe, die geht mit Batterien. Also, die sind nicht dabei im Lieferumfang. So, jetzt sind die Batterien da drin und die Unterseite ist eine Schalter, ein On-Off-Schalter. Einmal drücken, hat man so ein Flammeslicht. Das ist ja ganz gemütlich, muss man vorstellen, dass man abends vorm Zelt im Dunkeln ein Glas Wein oder ein Bier trinken ist und damit so ein Licht hat. Das ist ja ganz gemütlich. Aber wenn man ein normales Licht braucht, wenn man zum Beispiel ein Book lesen will, dann drückt man es noch einmal und dann hat man ein helles, stabiles Licht. Also, das Stone. Das Stone, wie gesagt, eine Lampe für im Camping, aber auch für im Garten. Sehr schön, sehr gut zu benutzen. Und das sind alle LED-Lampe, LED-Lichte und die brauchen knapp fast keinen Strom. Also, die Batterien gehen ja sehr, sehr viele Stunden. Da kann man die Batterien benutzen. Da kann man die Batterien benutzen.